Hallo liebe Terminator-Frauen, ihr seht, heute nicht allein, sondern zu dritt, also meine Frau und da ist der Nachwuchs drin, der irgendwann Videos verhindern wird in den nächsten Wochen. Nein, ja, wie versprochen, ihr habt freisig teilgenommen, ich glaube 15 Teilnehmer, weil die Gorillas haben ja gesagt, sie haben schon was Cooles von mir, sie wollen nicht mehr, dann halt nicht. Dafür Gorilla-Shirt, ja, damit sie mit wenigstens mit dabei sind. Ganz stilecht im Bolt-Action-Würfelbeutel sind 15 Namen drin. Ihr habt freisig geschrieben, dass ihr mitmachen wollt und jetzt gucken wir mal, wer gewinnt. Ich schüttel mal nochmal und dann darfst du da mal ziehen. Jetzt schauen wir mal, wer der Glückliche ist. Genau. Und da, wenn man es auch klauer hat, muss er selber vorlesen. Der Daniel von den Gorillas hat gewonnen, das ist ja lustig. Der Daniel Jurak bekommt ein Geländestück, du hast mir schon geschrieben, was du willst, glaube ich. Könnt ihr in den Kommentaren nachlesen, freu dich drauf. Und weil ich ja nett bin, zieh nochmal ein. Sind zwei, warte. Und quasi der zweite Platz ist der Dabom. Der bekommt von mir eine schöne kleine Panzersperre. Da habe ich mir gerade eine in der Mache. Schreib mir doch bitte noch ganz kurz, was du für eine Base-Gestaltung haben möchtest. Also ich bin noch neutral, noch ist dann nichts fertig. Willst du Wüste, möchtest du eher Grünland, soll Matsch mit drauf. Einfach kurz ein bisschen, wie soll die Base aussehen. Dann kriegst du von mir noch eine Panzersperre. Genau. Daniel und Dabom schreibt mir ganz kurz. Wir kontaktieren uns wegen Adressen und so. Und da kriegen wir das hin. Ja, danke fürs Mitmachen. Danke fürs Weiterabonnieren. Freut euch schon aufs nächste Video. Ich werde nachher noch meine kurzen Review von den Dice Days mit online stellen, so als Montagsvideo. Viel Spaß dabei. Danke für die Likes. Schaut mir weiter fleißig zu. Habt genauso viel Spaß dran, wie ich hier am Basteln und Videos machen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Spielt schön, würfelt ordentlich, malt geile Modelle an. Euch noch einen schönen restlichen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Flo mit Familie. Tschüss. Tschüss.